Es ist Heiligabend und heute wird das letzte Türchen geöffnet. Zum Abschluss könnt ihr einen RFK Tuning-Gutschein für Felgen im Wert von 1200 Euro gewinnen. Und jetzt kommt der Frank. Und für alle Schlafmützen, die noch kein Geschenk haben, Print-A-Turm-Gutscheine sehen ausgedruckt wie ein Geschenk aus. Wir wünschen euch ein frohes Fest, genießt die Zeit mit euren Liebsten. Und unsere Jungs haben euch auch noch etwas zu sagen. Stehen wir gut so? Können wir schon starten? Hallo, liebe FCK-Fans. Einmal und abfall. Ich stehe da hinten schon sehen, ne? So einen sollte jeder zu Hause haben. Und was gibt es bei dir, Boris? Ja, bei mir gibt es heute wieder ein Trainings-Support. Wo sich Kinder und Erwachsene über ein neues Trainings-Shirt freuen können. Und die Trainings-Shirt. Die Präsentations-Shirt hier. Also das ist jetzt gar nicht, da können wir nichts dafür, ne? Partner, war es Leibenschein. Wieder ihr Top-Sert. Mach nochmal neu. Top-Sert. Fang nochmal an. Das war blöd. Ja, mach mal nochmal. Ich hab noch mal da geschaut. Hallo, hört ihr mich? Verbackt sich. Ah! Warum sag ich verbackt? Ja, das weiß ich schon nicht. Weil du schon wieder ein Bier getrunken hast unten gerade. Ich kann gemeinnützig nicht sagen, Daniel. Einmal in blau. Scheiße, das war cool, ne? Cut, cut. Du kannst doch weitermachen, Bruder. Zum vierten Advent. Das sind sich unsere beste Partner. Don't know what's going on, Bruder. Und Tests? Das ist der Elfte zwischen vorne. Mega. Schaff dich, Alter. Ich bin der FCK-Fans. Das war noch nicht so weit. Entschuldigung, ich stelle recht. Damit ihr ein Neu... Hat heute wohl auch etwas. Ey, was macht ihr denn jetzt? Türchen. Von unserem Partner. Kann ich deine Anzeige? Türchen vierten. Türchen. 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 Und, ja, was bleibt uns noch zu sagen. Wir haben Pikete... Äh, wir... Döp, 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 döp. Döp. Ich habe auch die Dings gar nicht gezeigt. Und so einen sollte ja jeder zu Hause haben. Was gibt es bei dir, Boris? Ja, bei mir gibt es heute wieder einen Teil unseres Dingsoutfits. Für groß und klein. Ja, wir wünschen euch alles gut. Und du sagst alles. Du willst eigentlich mal zu Vorweihnachts sein? Nein, ich sag dann und eine schöne Vorweihnachtszeit. Es ist Heiligabend und... Na ja, komm, mach nochmal. Es ist Heiligabend. Ist doch nicht so schwierig. So eine Scheiße, ey. Super! Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten! Tschüss. Pys